ok hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von super mario ich will schon wieder galaxy sagen oder sie mein name ist lockerzeit und letzte folge waren wir im seeland da waren wir wirklich nur eine folge lang hat mich ja verwundert aber heute geht ins berüchtigte cityland in die große stadt bin ich schon sehr gespannt was da es gibt inklusive dem was man auch auf diversen e3 sachen so gesehen hat und trailer und werbungen und so weiter es ist ein wahnsinn das wird cool sehr wirklich cool aber zuerst käppi was hat er denn so schönes zum sagen schau mal bei ladebildschirmen muss man gut verstecken wer kommt denn auf die glorreiche die in eine hochzeit mit einer gestohlenen kleid zu feiern wie geschmacklos ein paar manieren ja kleinigkeiten nachlesen münzen stopp mützen ja kenne danke kenne ich schon ein paar informationen über city land ja schauen borsa 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 oder besser gesagt in dem fall würde ich sogar sagen boston mit final boss borsa 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 das mal wieder los im wolkenland die nimbus arena da wir parken sogar er wieser wissen sehr interessant erwirtschaften neustern diese große wolke neustern bossa kämpft man da oder die schuhe sind aber total wahnsinn mario ich habe jetzt echt keine zeit für dich übrig ich habe nämlich meine hochzeit zu planen hast du auch nur die leisteste ahnung wie stressig sowas ist ein bisschen aber zuerst musst du mit mir abgeben peach oh my god let's go okay zuerst einmal deckung pattern anschauen ich habe nur zufrieden hat ist lustig tor ouch okay ich verstehe ich verstehe Ah, yes, okay. Nimm dies. Okay. Ja? Nur einer ist der echte. Was er ziemlich offensichtlich ist. Du, was hast du vor, Bowser? Autsch! Uncool! Ah, okay. Perfekt. Aber jetzt brauche ich ein Herz. Dringend. Hast du nicht irgendwo Health für mich? Das wäre sehr geil. Oh, shit. Ja, da ist nur ein ausweichend reingewinnt. Als andere war jetzt nicht möglich. Komm, dieser... Herz! Ist mir wurscht. Die Dinger geben Herzen. Du nochmal. Ah, verdammt! Das hätte mich fast im Ricochet drauf... Schnaufen... Oh, oh. 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 Wie noch aus darf ich? Ich habe es erkannt. Glück gehabt. Ich habe es geschafft. Ha, ich habe es geschafft. Hey, eine gute Frisur hat er auch. Der hat sich die Haare auch noch gestellt, der Bowser. Feuer! Deckung! Ihr habt nur noch euer Herz. Deckung! Verstehst du jetzt mit wem du es zu tun hast, Mario? Okay. Wo ist Richtung Mond? Warst du Richtung Mond? Warum? Was? Hochzeit auf dem Mond? Schräg. Und anscheinend gehen wir nicht zum Cityland, sondern zum verlorenen Land. Oh. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich habe keinen Dunst. Und die Odersee ist fürchterlich. Jupp, an die Arbeit. Okay. Okay. Beide des sich ist dieses Gebiet höchst... Hallo Mond. Höchst gefährlich. Also, schauen wir mal. Nichts. Jaja, ich weiß, wie das mit Bäumen läuft. Kein Problem. Danke, Spiel. Hehehe. Hehehe. Wo sind wir da gelandet? Wie gefährlich ist es hier? Okay. Die Schmetterlinge sind aber nicht gefährlich. Das ist mal was Gutes. Könnte sein, dass ein paar Giftige dabei sind. Violette ist meistens böse. Wie man an dem See kommt. Ah, what the fuck? Die ist auch noch dazu. Zuerst in London mal irgendwo und dann... Das gibt's ja nicht. Cappy! Äh, wie kann man da auffüllen? Wahrscheinlich ein Direktweg. Ah. Na? Hm. Ah, da können draufstehen. Okay, das ist gut. Und ich sehe schon wieder einen weiteren Mond. Aber Cappy ist mir derzeit wichtigere. Oh. Äh. Äh. Du hast das Stachel auf dem Ding, das probier nicht. Ich mag verrückt sein, aber nicht so verrückt. Ich verstehe schon, wie man es vernichtet. Ah, ich wollte schnell an Zwift machen. Ah. Um's einsetzt früher. Boom. Ja, hab's geschafft, Cappy. Hey. Hey, Junge. Ich bin schon da. Puh. Danke für die Rettung. Geht so gar nicht los. Ich hab bei diesem... Ich hoffe, es bleibt bei diesem einem Mal. Okay, Monde suchen. Kein Problem. Ah, sehr cool. Strecken. Cool. Ah. Au. Ich verstehe die Gegner noch nicht hundertprozentig. Aber... Aber... Ha. Ist ja cool aus. Oh. Ein Herz. Nice. Okay. Nochmal. Sweet. Nochmal. Wahrscheinlich kommt die seitlich auch schon vorbei, wenn ich gut genug wäre, aber... Ja. Das schaut euch ein Mann aus. Cool. Auf dem Weg zum Gipfel. Ja, Gipfelstürmer. Kennst... Kennst eh schon. Also die Warnsprung? Ja, ist mir bekannt. Kein Wolli. Hey, da ist sogar ein Tutorial rechts unten. Moment. Da gingen sich ja Warnsprünge. Oh, dafür muss es enger werden. Ja, genauso. Und getamped. Okay. Dann schnell. Oh. Oh. Was bist du? Was bist du? Hi. Ich reise überall hin, um von den höchsten Punkten abzusegeln. Die Fleck... Dieses Fläckchen fordert mich geradezu heraus. Ich fühle das Adrenalin schon in meinen Adern. Ha, ha, ha. Ja, cool. Ja, ja. Aus dem Heer ist, glaube ich, ein Mond. Oder habe ich mich jetzt täuscht? Hey. Ich kaufe mir den. Shopping auf Eiland Toxico. Fliegermütze, Fliegeroutfit. Ich würde mir gerne beides kaufen, aber... Im Moment geht das sehr schwierig. Oder nicht. Da glaube ich, kann man sich auch umziehen. Auf dem Warnschrank links. Aber... Im Moment habe ich darauf nicht sehr, sehr Lust. Ah, ja. Habe ich mir das gehocht. Da muss ein Mond sein. Okay. Frage ist, wohin jetzt? Ich sehe da schon ein Mond. Da ist ein Mond. Äh, cool. Oh. Cheese ihn halt. Hör, tada. Gecheesed. Äh, heh. Auf einer Propellersäule. Gut. Oh, AC Danger. So muss ich mir in die Richtung durchschauen. Das ist Danger. Das war Absicht. Das ist nicht so ganz so. Aber wurscht. Das ist nicht so ganz so, aber wurscht. Okay. Okay. I'm living. I'm still alive. Oh, es ist hier nicht ausgegangen. Okay. Dann, dann mal so. Ja, ja, Batterieleistung. Wir kennen das Problem. Oh, no. Benito. Haha. Interessiert mich nicht. Captain Toad. Hi, Captain. Das ist der Bauermünzen. Hahaha. Wie ich hierher gekommen bin? Ein großer Vogel hat mich hier abgeworfen. Ähm, ein anderer großer Vogel als sonst. Oh, Captain. Aber mir hat ja abgeschehen, dass dieses Ort das ganz gut getan hat. Ja, ich habe mir jetzt keinen Mond gefunden. Super, nicht? Und ein Haufen Münzen. Zahre mich. Rudig aus, Captain Toad. Ja, demnächst einmal irgendwann verschwinden. Hälfte der Mondes sind gesammelt. Nur noch fünf. Das ist gut. So, Frage ist, wo ist das letzte kleine Ding? Das muss ich da irgendwo in der Nähe sehen. Wahrscheinlich bei dem Baum da. Mir roten müsst. Ja, der Effekt. Okay, wo lang? Zurück. Okay. Kein Problem. Vielleicht. Angst. Angst. Hm. Okay. Alles geschafft. Das waren nämlich Mondstücke im Sumpf. Eher schwieriger, meiner Meinung. Aber, naja. Oh. Hey. Ihr entkommt mir nicht. Oh, ein Checkpoint. Oh. Nie jetzt am Schluss war ich vorhin. Das wäre uncool. Tja. Und. Ein weiterer Mond. Achtung. Fuss ist in der Wand. Und nur ein Mond. Bald. Fuss ist nicht in der Wand. Nennen wir den. Ah, mit den Joy-Cons kommen wir auch springen. So bin ich jetzt erst draufgekommen, ne? Also. In dem. In der Wand drei zumindest. Uch, dies war zweitweg. Brauche ich ja auch so einen Kollegen. Hm. Ah, so. Es wird über die Füße, über den Sumpf. Nein, funktioniert. Schauen wir ganz kurz. Nein. Da ist auch nichts. Schaut nicht denn noch aus. Der Mond da hinten, der irritiert mich zutiefst. Ich sag's, wie es ist. Okay, ja, haben wir alles. Ziemlich cool. Ups. Das war so klar. Okay, noch zwei Monde. Oh, und ich konnte mich jetzt umziehen, wenn ich möchte. Oh. Ich sehe jetzt zwei Monde. Wie beide kriege, ist die Frage. Uh, das war knapp. Hm. Das kann ich per Strecken kriegen. Ja, geht gut. Und der, der Böcke hervorgehlinst. Hm. Nett, nett. Und da drücken wir sie auf. Normalen Weg. Oh, ich sehe nur einen Rund. Hm. Ist schon da ziemlich verdächtig. Ist schon da ziemlich verdächtig. Schon, dass der Fäder sind. Jawohl. Okay. Ein Block hintrümmern. Uh, mehr was. Ja, wir haben beide Monde. Ich weiß, Käppi. Du hast Geld. Hm. Nichts Geheimes. Na. Schräg. Ah. Jetzt wäre ich fast abgesprungen. Wäre fast ins Höschen gegangen. Haha. Höschen. Hm. Oh, noch ein Monde. Sehr gut. Im Steinkäfig. Oh, noch, wenn es weiter geht. Habe ich mir jetzt noch schön ein paar Monde. Wenn wir stattdessen sind. Äh. Was ist da? Also, das ist wieder der Metallblock, wo ich noch immer keine Ahnung habe. Wahrscheinlich. Äh. Hey, Münzen. Die Form der Münzen zahlen wir auch irgendwie. Ist das nicht? Doch, wo da kein Armen will. Ne. Wart. Ja, dann ist da. Ja, da ist die Odyssey. Äh, klar. Gut. Wie mache ich das auf? Und da oben ist auch noch eins. Ui. Ui. Geht das? Was kommt gehen? Ich habe gerade eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob es geht. Oh, Münzen. Mehr Münzen. Ah, ja, da. Die brauche ich. Stimmt, die habe ich ja vorher nicht gehabt. Deswegen. Hehe. Gleich den Monde habe ich immer noch. Der Führer verschwindet. Bei den brauche ich noch. Okay. Auf einem Baum im Sumpf. Oh. Oh. Glück. Okay. Ja, ja. Ich weiß. Alle Monde. Boah, Monde gibt es schon. Aber. Hm. Na, Gott. In dem Fall. Ah, ja, genau. Da bin ich so sehr in der Nähe. Ah, das ist undurchdringbar. Wohin fliegst du? Das muss ich mir jetzt genau anschauen. Okay. Was? 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 Das war halt so ein langer Flug. Hm. Stammtverdacke. Na, keinen tunst du, wie ich das aufmache. Weil das keine offene Stelle, ne? Oh gut, dann hilft es ja nichts. Äh, ja. So sei es. Ah, wie ist das gar nicht so? Na. So? Ja. Na gut, dann reparieren wir mal geschwinkt die Odyssey. Ah, sehr gut. Ist repariert. Bissi angeschlagen, so werde ich sehen kommen. Aber repariert. Ah, da auf der Seiten. Jetzt habe ich ein wenig an den Lack verloren. Aber, hey, solange ich fliegen kann, ist mir ein Lackproblem jetzt nicht so tragisch. Hey, und genau 70 Monate. Geht schnell. Welcher Folge sind wir 7, glaube ich? Ha. Hat schon was. Ah, ja. Gehen gerade genug, um die Odyssey reparieren zu können. Kleinigkeiten nachlesen. Roller vorwärts. Oh. Ja, cool. In City-Land. Aha. Mit total hohen Gebäuden. Wisst du was? In dem Fall schauen wir uns geschwinkte City-Land an. Ganz, ganz kurz für eine Minute. Und, ja. Ich glaube, die Zeit spricht für sich. New Dunk City. Böse schaut's da aus. Save the date. Yep. Wohin heiraten's wirklich. Die Geisel auf dem Hochhaus. Ui, 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 ui. Das ist ja wild. Hm. Alles klar. Wir haben's ja geschafft. Hm. Sieht aber nicht gut aus hier. Schau mal. Bost, das Schiff. Auf geht's. In der nächsten Folge. Also, sage ich somit Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und fertig. Dick. テc.